Das ist die erste Aktion der Veranstaltungsreihe dieses Jahr vom RC Musketier, eigentlich sogar von der Musketierjugend und heute hier am Langenberger Sender geht es einmal rum und zwar fünf Kilometer mit insgesamt 175 Kilometern. Es gibt so einen Zwischenanstieg durch so eine Wohnsiedlung und dann geht es hier hoch zum Langenberger Sender wieder und die zwölf Teilnehmer, die heute da sind, die machen insgesamt so viele Runden wie sie können innerhalb von vier Stunden. Hast du deine Drohne wieder? Wie bitte? Hast du deine Drohne wieder? Habe ich wieder, ja, ist wieder da. Das war einer unserer Teilnehmer, der Tobi, ist unser erster Berggeselle tatsächlich, weil es gibt nämlich hier die Möglichkeit, durch die Runden, die man fährt, Punkte zu sammeln. Man bekommt dann für bestimmte Markierungen, zum Beispiel gerade Zahlen wie 500 Höhenmeter, 1000 Höhenmeter, 1500 Höhenmeter, 2000 Höhenmeter und so weiter, kleine Klebepunkte in eine Laufkarte. Die blende ich jetzt mal hier ein und wenn man eine Karte voll hat mit 5000 Höhenmetern, dann bekommt man einen Titel verliehen. Der Titel, den nennen wir Berggeselle des RC Musketier. Schafft man das Ganze nochmal, also nochmal 5000 Höhenmeter, bekommt man den Titel Bergmeister verliehen. Und wenn man dann nochmal 10.000 Höhenmeter schafft, dann bekommt man den Titel Bergdoktor verliehen. Und zu guter Letzt mit 40.000 Höhenmeter insgesamt, also weiteren 20.000 Höhenmetern, bekommt man den Titel Bergprofessor. Das ist die Idee von dem Ganzen. Es sind, wie gesagt, fünf Termine dieses Jahr. Die Termine findet ihr hier ganz kurz und unten in der Beschreibung des Videos. Und die Orte sind da auch niedergeschrieben und auch die Zeiten, zu denen wir uns da treffen. Für Mitglieder der Musketiere ist das Ganze kostenlos. Es sind dann hier Getränke immer mit dabei und vielleicht auch noch kleine Snacks. Dann sind die Karten mit in dem Angebot mit involviert und T-Shirts für den Berggesellen oder Bergmeister. Die werden dann extra angefertigt mit unserem Höhenmeter-Sammel-Logo, das ich jetzt hier einblende. Und das T-Shirt, das auch schon einmal vergeben wurde an Tobi, das wird ihr jetzt auch mal hier als Beispielbild von Tobi. Ja, ich freue mich, wenn ganz viele mitmachen. Auch Nicht-Mitglieder sind herzlich willkommen. Von dem her nehmen wir natürlich eine Aufwandsentschädigung, damit wir dann nicht für Nicht-Mitglieder auch noch Geld bezahlen müssen. Das liegt dann bei 30 Euro in diesem Jahr für alle fünf Veranstaltungen. Ich denke, das ist ein fairer Preis. Und ich freue mich über jeden, der mitmacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.